Und schön, dass ihr da seid, schön, alle, die am Internet sind. Wir waren ja einen Tag mal verreist. Und wisst ihr, was so cool war? Wir gehen da in diese Pension und dann liegt ein Buch da, das neue Leben von, wie wird man neu geboren, von T.L. Osborn. Und hinten dran ist ein Pepper mit unserer Gemeinde. Da denke ich, huuuh! Und das lag dann so im Schwimmbereich. Und naja, ich muss mich ja schnell machen, ich kann ja nicht so langweilen, meine Zeit ist ja begrenzt und da ist viel zum Sagen immer. Auf jeden Fall, naja, dann haben wir das alles. Und heute sind wir dann ein bisschen rumgefahren, waren da in der Amberger Gegend und dann sind wir rumgefahren und dann gehen wir in ein Lokal. Und waren halt einfach genau geleitet, wie es halt immer so ist. Und dann waren wir da und irgendwann, wir müssen ja einfach die gute Nachricht erzählen, wir müssen es ja erzählen, wir können ja nicht die Leute irgendwie da verhungern lassen. Und dann haben wir das erzählen müssen und dann hat der Mann gesagt, ja, ich bete jeden Tag, ich bete jeden Tag zweimal. Er hat halt noch die Mutter Gottes dastehen gehabt, betet wahrscheinlich zur Mutter Gottes, ist ja wurscht, aber er betet. Und das heißt in der Bibel, wer Gott von ganzem Herzen sucht, der wird es ihn finden. Naja, und dann kam halt heute Gott zu ihm und wir durften erzählen das Evangelium und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Halleluja! Ja, aber das war noch nicht alles, weil wenn man mich mal rauslässt aus diesem Gebäude hier. Naja, und dann sagen wir zu dem Wirt, wo kann man denn hier ein bisschen schön spazieren gehen? Dann sagt er, ja, fahrt zu dem See. Und dann denke ich, was, dieser See, den kenne ich doch, da wohnt meine Freundin um die Ecke. Und dann fahren wir, habe ich gesagt, da müssen wir hin. Und es waren echt Leute, die haben mir viel geholfen, wie ich krank war. Und dann sind wir hingefahren und wir wussten, da ist heute ein göttliches Treffen. Naja, und dann sind wir da hin und jetzt ist das wirklich so, ich habe die Frau und die Familie bestimmt drei, fünf Jahre nicht mehr gesehen. Kann man vielleicht sagen, was sind das für Freunde? Aber Gott hat gesagt, geh erst einmal du und ich komme dann. Naja, jetzt waren wir genau richtig, die Frau hat sich lange um ihre Kinder gekümmert. Der eine Sohn ist jetzt aus dem Haus und dann bin ich wie zusammengebrochen, habe Depressionen und obwohl die echt einen Top-Haushalt immer gehabt hat, schafft sie nichts mehr. Wir waren richtig. Naja, dann haben wir betet. Sie hat schon immer geglaubt, aber heute hat sie definitiv ihr Leben Jesus gegeben. Aber nicht nur sie, sondern ihre beiden Söhne auch. Halleluja. Genau, und so legen wir los, weil es heißt in der Bibel, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht, die gute Nachricht zu erzählen. Und ich schäme mich nicht, weil ich weiß, dass es doch Gottes Kraft ist. Dass es Gottes Kraft ist, die Gefangenen freizusetzen. Dass es Gottes Kraft ist, die Gebundenen, die Kranken, die Armen die gute Botschaft zu erzählen. Und wenn die keine Lösung haben und dann daheim sitzen und dann irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriegen, der Arzt nichts anderes weiß, wie Antidepressiva zu verschreiben, was im Endeffekt nur die Leute in ein Delirium setzt, dann haben wir eine Lösung. Eine Lösung. Und wenn, wie es im Hiob so schön heißt, das nehme ich mir immer wieder, wenn dann dem Menschen die Gerechtigkeit verkündet wird, dass der Stand, dass sie wieder quasi zurückversetzt werden in das Originalbild, bevor er gesündigt wurde. Und das ist unser Stand. So sieht uns Christus. So sieht er uns. Und so dürfen wir uns selber sehen. Und da gibt es einen wunderschönen Psalm. Psalm 103. Und da sagt der David, lobe den Herrn meine Seele. Das hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört, diesen Psalm, selbst die, die keine Bibel lesen. Der Psalm ist ziemlich bekannt. Lobe den Herrn meine Seele. Also der Geist braucht Gott nicht loben. Und das haben wir ja immer wieder, wenn man diese Lehre zwischen Geist, Seele und Körper. Und in der Bibel heißt es auch, Ziel unseres Glaubens ist die Errettung der Seele. Die Seele ist so geprägt, die lebt von Erfahrungen. Der Seele geht es heute gut und morgen schlecht. Dann ist es manchmal ist die Seele vom Wetter abhängig und manchmal ist die Seele von dem abhängig. Und je nachdem, wie die Umstände sind, so reagiert die Seele. Und obwohl du vielleicht gerade noch gut drauf bist, zwei Stunden später, macht die Seele... Und die Seele will eigentlich herrschen, aber wir herrschen durch den Geist. Und dann sagt er eben, lobe den Herrn meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lange Zeit, wenn es mir schlecht ging, habe ich das immer gesagt, habe gesagt, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und was ich nicht loben kann, das geht raus. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, das ist Tansianisch oder wie sagt man? Also Swahili, genau. Das ist Swahili, afrikanische Sprache. Und da heißt es raus. Toka Sasa. Genau. Ja, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann geht es weiter. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also manchmal muss man mit der Seele reden. Und manchmal muss man sagen, hey, vergess das mal nicht. Weil dann kommt mal wieder so ein... So, heute fühle ich mich nicht so gut. Aber wir leben ja im Glauben und nicht im Fühlen oder im Schauen. Und dann müssen wir halt manchmal der Seele erzählen, sag, hey, vergess das nicht. Vergess das nicht. Vergess das nicht. Lob den Herrn. Haben wir neulich auch mal gehabt, in den Loben, da ist auch Macht, Stärke drin. Und dann geht es weiter. Das ist so richtig cool. Der dir all deine Sünden vergibt, heißt es. Aber das war ja auch noch altes Testament. Und im Epheserbrief findet man das, der all deine Sünden ausgelöscht hat. Er hat sie weggeschafft, weggeräumt. Und dann aber auch für den Gläubigen haben wir die Vergebung. Also die Sünden sind ausgelöscht. Aber wenn wir jetzt mal einen Blödsinn machen, sollten, machen wir ja fast nicht mehr, ein bisschen, dann haben wir Vergebung. Und dann geht es weiter. Und heilt all deine Gebrechen. Jesus, der alles getragen hat. Die Sünde und die Gebrechen und die Krankheiten. Und da steckt dieses griechische Wort auch drin. Soteria. Also Vergebung und Heilung. Wo Jesus dann auch gesagt hat, zu dem einen, wer es bis heute immer noch nicht glaubt, dass Heilung auch für den Menschen ist. Jesus hat zu einem gesagt, der, keine Ahnung, wollte der wieder laufen oder, weiß ich jetzt nicht genau die Geschichte, aber es war ein Kranker, der wollte Heilung. Und Jesus hat gesagt, ich glaube, das war der mit dem Bett, oder? Nimm dein Bett und geh und deine Sünden sind dir vergeben. Aber der wollte ja keine Sündenvergebung, der wollte ja Heilung haben. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist im Endeffekt Willkür vom Übersetzer, weil das ist ein Wort, Soteria. Und das ist dieselbe Bedeutung. Heilung und Vergebung. Das ist eins. Du kannst genauso, wenn da steht, der dir vergeben hat, der dich geheilt hat. Und manchmal spüren wir das nicht immer oder manchmal will was anfliegen oder irgendwas. Und dann dürfen wir der Seele und der Atmosphäre sagen, was los ist. Also ich mache das manchmal, auch wie wir hierher gefahren sind. Dann wurde es mal ein wenig schlecht beim Auto fahren und dann musste ich meinem Körper und der Seele erzählen, was Gottes Wort ist. der dein Leben vom Verderben erlöst, da können wir eigentlich schon Vergangenheit reinsetzen, erlöst hat und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit und der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wie ein Adler. Und wenn man wenn man auch in der Welt alles, was so gemacht wird, das ist eine Kopie. Du findest alles immer wieder in der Bibel drin. Heute haben wir so, weil ich habe ja jetzt am Weihnachtsmarkt habe ich mir so ein Schaffell gekauft und manchmal schlafe ich auf dem Schaffell und dann hat der Marc gesagt, ja, ist das gut? Und dann habe ich gesagt, ja, also die Esoteriker zum Beispiel, die sagen, du sollst unter dein Bett ein Schaffell legen, weil das beschirmt dich vor irgendwelchen Strahlen und so weiter. Und dann haben wir gedacht, ja klar, aber Schafe, Schafe kommen ja auch in der Bibel vor und Gott bezeichnet uns ja als Schafe. Also alles wird ein bisschen immer immer kopiert und und genauso wird es auch kopiert, dass du die Welt möchte ja auch, dass man jünger ausschaut, dann gibt es irgendwelche Anti-Aging-Cremes und Spritzen und bla bla irgendwie, aber das Wort Gottes sagt, haben wir auch schon mal drüber gepredigt, da gibt es eine Stelle, da sagt ein Mann, dieselbe Kraft, die ich mit 40 hatte, hatte ich mit 80 immer noch. Die Welt erzählt dir, ah ja, na ja, man wird halt älter und dann hat man doch ein wenig die Gebrechen und da, da, da. Aber das Wort Gottes sagt dir, im Alter jung wie ein Adler. Und ich habe mich da auch mal ein bisschen näher damit beschäftigt, was heißt das überhaupt? Beim Adler ist es so, der Schnabel, der erneuert sich immer. Immer wieder erneuert sich dieser Adler. Und so ist es mit uns. Dann kannst du sagen, ja, na klar, aber das ist ja der inwendige Mensch. Aber durch den inwendigen Menschen, wenn der, wenn der Geist in uns drin ist, dann wird der, der sterbliche Mensch heißt es, erneuert. und, und wie eben im Hiob, wenn dann dieser Erlöser da war und du glaubst es, dann wird auch dein Fleisch zurückkehren wie an den Tagen der Jugend. Und die Hilde kann jubeln, weil, als wir für ihr Zahnfleisch gebetet hatten, dann geht sie zum Doktor und da sagt er, sie haben ja Zahnfleisch wie ein Jugendlicher. Und wir dann auf den Fels, auf den, auf den Fels, ja, auf diesen Wort gestanden und haben dann gesagt, ja, das ist wahr. Und, und, das zum Thema Jung wie ein Adler. Wisst ihr, und als meine Freundinnen dann heute, als wir das erzählt haben und irgendwie, dann hat, hat ihr Sohn dann eine skeptische Frage gestellt, ist ja gut, man kann ja auch hinterfragen. Und, naja, und ist das wirklich alles ein wenig so und so und das ist doch ein wenig verrückt. Dann habe ich gesagt, jetzt stellt euch mal vor. Ich meine, das ist ja ganz normal, dass wir, wir wissen alle, wie die Kinder entstehen, wissen wir die meisten. Weiß das jemand? Und, und wenn dann so ein Baby heranwächst im Bauch, ein Mensch im Bauch und dann kommt auf einmal ein Kind zur Welt, also wie, wie ich, wie ich schwanger war und dann dieses Kind in meinem Bauch, das war für mich unfassbar. Unfassbar. Und auf einmal habe ich ein Kind gehabt. Und jetzt ist dieses Kind so groß. Also für mich ist das echt ein Wunder. und, und, und obwohl ich wusste, wie das funktioniert und wie das geht und so weiter. Und da habe ich gesagt, jetzt stellt euch mal vor und stellt euch das mal alle vor, ihr wüsstet nicht, wie man ein Kind macht und, und woher die Menschen kommen. Und jetzt komme ich zu dir her und sage, hey, ich habe einen Menschen in meinem Bauch. Dann sagst du, na, du hast doch wohl nicht mal alle Tassen im Schrank. Aber jetzt ist das halt ziemlich normal, weil das kennen wir. Es steht in der Bibel zum Beispiel, Jesus hat die Hand aufgelegt und dann sind Krüppel, Krüppel, die Arme nachgewachsen. Also Krüppel sind welche, die hatten keine Gliedmaßen. Und er hat sie berührt und dann ist das nachgewachsen. Unvorstellbar. Aber warum? Weil wir das nicht kennen. Aber jetzt, wenn wir das, wenn das normal wäre, so wie man Aspirin, Kopfweh, dann nimmst du Aspirin, oh, Arm weg, okay, Hände auflegen, wächst was nach. Wenn das immer so wäre, dann würden wir uns auch nicht mehr wundern. Aber bloß, weil wir das noch nicht gesehen haben und noch nicht erlebt haben, wollen wir Gottes Wort in Frage stellen. Aber wenn wir es glauben, dann wird es uns. Wenn wir glauben, dann wird es uns. Und das muss ich auch erzählen, weil der Nigel jetzt gerade da ist. Letzten Sonntag, ich habe es echt verpasst, weil Gott hat mir dann gesagt, innerlich hatte ich so eine Eingebung, lass dem Nigel ein Zeugnis sagen. Aber dann dachte ich, naja, jetzt war eh alles so lang und vielleicht habe ich mich jetzt verhört und so weiter. Und dann war ich fertig und später kommt der Nigel zu mir und gibt mir ein Zeugnis. Und dann sagt er, hey, wir haben ja für die Haut gebetet. Ich habe mich verbrüht mit wie viel Grad? 200 Grad. Dürfe ich das erzählen? Ja. 200 Grad. Die Hand ist aufs Dreifache angeschwollen. Richtig? Zweifache. Und dann hat er sich erinnert, wir haben gebetet, nochmal die Hand aufgelegt und dann ist es sofort abgeschwollen und dann war bloß nur eine kleine Brandblasse da. Ist ein Wunder, oder? Ist ein Wunder. Ist nicht normal. Und dann Verstand sagt, pfff. Aber das ist Gott. Wir sind Christen und wir glauben an das Unmögliche. Also es fängt ja schon mal an, dass wir glauben, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde. Musste so sein, dass er eben keine Sünde in sich hatte. Und so fängt es eigentlich an. Du fängst eigentlich an, das Unmögliche zu glauben. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergesst es nicht. Das Evangelium, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Das Evangelium, die gute Nachricht. Und eben, wenn mir mal in einer Schwierigkeit sind, dann vergesst nicht. Vergesst nicht, was die gute Nachricht ist. Vergesst nicht, wer ihr seid. Vergesst nicht. Und lasst euch das nicht rauben, sondern bleibt stehen in dem, was Gott gesagt hat, auch wenn es anders mal ausschaut. Aber es heißt ja, am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Und alles ist durch das eine entstanden. Und nicht eines ist entstanden ohne das Wort. Durch das Wort. Und dann heißt es im Hebräer so schön, er trägt alle Dinge durch das Wort. Und erst das Wort und dann wird es geschehen. Nicht erst, wenn du siehst und dann glaubst du. Alles wird im Unsichtbaren festgelegt. Alles ist geistlich. Und da haben wir gerade gebetet, wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, der Sultan war das, der hat immer so einen schönen Witz erzählt. Der hat dann irgendwie gesagt, einer, der hat sein Leben lang schwer gearbeitet und dann hat er gearbeitet und dann stirbt er und dann sagt er, steht er so am Himmeltor und sagt dann, hey, ich habe mein Leben lang so arg gearbeitet, dürfe ich meinen Schatz mitnehmen? und dann sagen sie, na, man darf eigentlich nichts mitbringen und blablabla, aber Mensch, ich habe mein ganzes Leben und so und okay, naja, und dann darf er es mitbringen und dann sind die Engel und alle ganz gespannt, oh, was bringt er denn mit? Und er kommt so mit seiner Tasche und dann sagen sie, dürfen wir schauen und dann schauen sie rein und dann hat er in seiner Tasche einen Goldbarren und die Engel sagen, Straßenpflaster? Wisst ihr, im Himmel, im Himmel, im Himmel gibt es keine Krankheit, im Himmel gibt es keine Krankheit, im Himmel gibt es, heißt es auch, er wird alle Tränen abwischen, es wird kein Fluch mehr sein, es wird, es wird sogar der Bär und das Raubtier, das Auffressen, das gibt es nicht mehr, Tod wird nicht mehr sein, da wird auch die Blumen, die verwelken nicht mehr, es ist, es ist pures Leben, im Himmel, im Himmel, ich war ja noch nicht da und manche haben den Himmel gesehen irgendwie, aber ich glaube das auch ohne, dass ich was gesehen habe und ich muss jetzt nicht, aber, aber ich habe von einem Zeugnis mal gehört, ich habe Gänsehaut gekriegt, wo einer gesagt hat, es war so schön, der lag im Koma, lag am Sterben, lag im Koma und hat gesagt, ich dürfte aber nicht rein und dann hat er mir das beschrieben, wie schön das ist und dann wusste ich, warum er nicht rein durfte, weil er Jesus Christus nicht angenommen hatte, aber als der wieder aufgewacht ist und ich ihm von Jesus Christus erzählt habe, der hat ihn sofort aufgenommen, weil er den Himmel gesehen hat und dann hat er gesagt, das war so schön da und deswegen musste Gott einen Weg machen, weil beim Gott gibt es kein bisschen Sünde, keine große Sünde, keine kleine Sünde, sondern Gott ist so rein und so heilig, dass er einfach nicht damit zu tun haben kann und da habe ich so ein schönes Beispiel mal gehört, wenn jetzt zu dir einer kommt und sagt, hey, ich habe jemanden umgebracht und habe dem dann noch das Geld geklaut, komm, geh mal essen, dann würdest du sagen, nee, mach ich nicht mit, mach ich nicht mit und bei Gott ist das Ganze halt noch viel kleiner, der kann nicht sich mit Sünde oder so, der kann nicht, das würde verbrennen und jetzt sagt er, wie im Himmel so auf Erden, wie im Himmel so auf Erden, wie es im Himmel ist, so soll es auf Erden sein, sollte es auf Erden sein, ist alles so, nein, weil immer noch der Fluch gesprochen wird, wenn du in so einem Lokal sitzt, wo wir heute waren oder so, was die Leute alles reden, was die für Zeug reden, wie die, also Fluchen heißt ja Schlechtes sprechen und wenn dann, das wird so viel Fluch gesprochen und sich selbst irgendwo, und so kann der, aber wir sind dafür da, dass wir den Leuten die gute Nachricht bringen und dann eben sagen können, hey, du kannst den Himmel auf Erden haben und wo ist dann der Himmel auf Erden? Er ist in dir und da gibt es keine Krankheit mehr, da gibt es keine Depressionen mehr, das gibt es nicht, es sei denn, du erlaubst es und deswegen lernen wir ja hier immer wieder, Woche für Woche, nicht weil es uns langweilig ist, sondern wir lernen Gottes Gesetze, wir lernen zu sprechen, wenn du Englisch lernst oder Italienisch, dann gehst du auch in einen Kurs und dann kannst du erst mal, hello, my name is du-du-du und so und hier kommst du dann erst mal her und lernst halt auch, okay, du musst Jesus annehmen und dann geht es weiter, da gibt es so viel mehr, als nur Jesus zu empfangen, dann lernst du die geistlichen Gesetze, dann lernst du immer mehr, uh, ich bin ja ein Kind Gottes, ich kann herrschen, ich kann sagen, wo es lang geht, in Jakobusbrief heißt es, Leben und Tod hängt von deiner Zunge ab, du lenkst dein Leib wie ein Schiff und ob man es glauben will oder nicht, wir haben uns, wo wir sind und selber mit unserem Mundwerk hingebracht. Durch das Wort. Ich habe immer, ich habe früher, so blöd kann man sein, ich habe immer gesagt, ach ja, ich will keine Brücken, ich lieber zahnloses Lächeln, dann habe ich solche Kieferprobleme bekommen. Meine Mama ging ins Krankenhaus und dann hat sie, naja, ich bin ja alt genug und wer weiß, ob ich überhaupt noch heimkomme und so weiter. Einen klitzekleinen Fehler haben die Ärzte gemacht und sie ist gestorben. Aber lang genug bekannt. Und wenn was du sprichst, du sprichst, wer auch immer zu diesem Berg spricht, wer spricht, du sprichst, wer zu diesem Berg spricht, hebe dich ins Meer. Es ist nicht Gott, auf den du wartest, sondern Gott wartet auf dich, dass du an deinen Platz kommst, dass du an deine Position kommst. Und jetzt ist dann eben der Himmel in dir. Er ist in dir. Wie im Himmel, so auf Erden. Und dann ist dieses Königreich in dir. Dieses Königreich in dir. Diese Liebe ist in dir. Diese Kraft Gottes ist in dir. Und wir haben ja immer wieder lernen wir das. Wie heilt Gott Menschen? Indem wir ihnen die Hände auflegen. Wie liebt Gott Menschen? Indem wir die Menschen lieben. Und da gehen wir mal im Römerbrief. Im Römerbrief 1. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich, das Evangelium von Christus nicht. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und es ist für jeden. Für jeden. Für Juden, für Griechen. Und darin wird geoffenbart. Die Gerechtigkeit Gottes. Aus Glauben zum Glauben. Du glaubst das Evangelium und dann bekommst du Glauben. Weil viele immer sagen, ich kann das alles gar nicht glauben. Du musst das gar nicht glauben können. Du musst nur dem Evangelium glauben und dann bekommst du Glauben. Und dann heißt es, der Gerechte lebt aus Glauben. Der Gerechte lebt aus Glauben. Nicht der, der versucht zu glauben, sondern du musst erst mal den gerechten Stand vor Gott bekommen. Und dann kannst du erst aus Glauben leben. Geht gar nicht. Geistlich, es muss geistlich beurteilt werden, wenn du das irgendwie versuchst mit deinem Verstand. Vergiss es, vergiss es. Aber Glaube kommt vom Hören und umso mehr du hörst, umso mehr kannst du glauben. Und im Ende des Römerbriefes, Römer 16, da sagt der Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also so ist es. Und dann dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meines Evangeliums. Also das Evangelium festigt euch. Diese gute Botschaft. Und dann können wir wieder zurückgehen zu dem Psalm. Lobe den Herrn meine Seele, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Täuscht euch nicht. Alles Gute, Vollkommene kommt vom Vater. Alles Gute und Vollkommene kommt vom Vater. Wie im Himmel, so auf Erden. Laut meinem Evangelium und, und das ist wieder, wo wir zurückgehen können, jetzt eigentlich die ganze Zeit, bis zur Konferenz, und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das vor ewigen Zeiten her verschwiegen war. Weiß jemand, was das Geheimnis ist? Der Martin weiß es. Haben wir jetzt lang immer wieder durchgekaut. Das Geheimnis, das den Engeln verborgen war, wo die Engel dann gedacht haben, was hat er denn vor, was macht er denn? Das Geheimnis, es war langer Geheimnis und jetzt ist es durch das Evangelium von Christus offenbar gemacht worden. Christus in uns, Christus in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott im Menschen, Gott in dir und dann sagt Paulus, dafür ringe ich, dafür kämpfe ich, nicht irgendwo, du musst halt ein bisschen glauben und du musst ein bisschen Gott in deinem Leben einbauen und so weiter, so und dann mit Hilfe von Gott dein Leben ein bisschen besser machen. Nein, du bist eine neue Schöpfung geworden. Du bist eine neue Schöpfung geworden. Du bist in ihm und er ist in dir und du repräsentierst ihn, ihr auf Erde und wir sitzen mit ihm in himmlische Örder. Örter, Örter. Also nicht auf dem Klo, nicht auf dem Örtchen, sondern in Orte, Örter, Örter. Das ist es. Christus in uns, das verborgen war und nachdem dieses Geheimnis ist jetzt offenbar geworden, vor ewigen Zeiten war es verschwiegen und jetzt aber offenbar gemacht worden durch prophetische Beschriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden zum Glaubensgewahrsam. Wow. Und ihm allein, den weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen, Amen, Amen. Wow. Vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Juhu. Da freuen sich auch die Kinder, weil die gute Botschaft, das ist eine Nachricht. Das hebt dich hoch. Das macht dich nicht nieder, sondern das hebt dich hoch. Das macht dich zu jemandem, vom Bettler zum König. Gott in dir. Das ist die Erleuchtung. Die Erleuchtung. Du wirst dir erleuchtet und dann wird es Licht in deinem Verstand und Licht in deinem Herzen und dann kannst du scheinen und dein Licht nicht unterm Scheffel stellen, sondern dann leuchtest du in diese finstere Nacht, in diese finstere Welt hinein und dann leuchtest du und dann werden so hoffnungslose Menschen, meine Freundin hat heute gesagt, naja, probiere es, ich kann nichts mehr verlieren. Hilft dir sonst nichts. Und jeder kommt irgendwann an den Punkt. Und manchmal ist es, wenn es Leuten zu gut geht, manchmal wünsche ich mir, wenn es Leuten gut geht, dass die auch mal Gott annehmen. Aber meistens müssen sie richtig in der Schreie sitzen, damit sie dann erst einmal aus dem Loch wieder rauskommen. ist so. Heute hat er auch ja nicht gesagt, ja, wenn es Gott gäbe, warum gibt es so viel Schlechtes auf der Welt und so weiter. Wo ich sage, naja, wenn die Menschen beten würden, dann könnte er ihnen helfen. Aber sie fragen ja den ganzen Tag nach ihnen, aber wenn es dann was Schlimmes passiert, dann ist er nur verantwortlich dafür. Ist doch ein Witz, oder? Ist doch so. Kann er ja manchmal gar nicht wissen, wenn man es ihm nicht sagt. Vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Egal. Es kann immer mal passieren, dass du in irgendwelchen Umständen kommst. Aber vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Diese gute Botschaft, diese freimachende Botschaft. Und erzähl sie weiter. Schäm dich nicht. Schäm dich nicht. Weil es ist Gottes Kraft. Es ist die Kraft Gottes dahinter. Halleluja. Halleluja. Es ist Kraft. Kraft. Kraft dahinter. Kraft, Wohlstand zu erlangen. Kraft, Menschen zu retten. Kraft. Diese Kraft. Und er sagt, Paulus hat es sogar gesagt, wenn ich zu euch komme und diese aufgeblasenen, dann will ich nicht nur irgendwelche Worte hören, sondern dann will ich mal die Kraft sehen. Die Kraft des Evangeliums. Das ist, was die Leute brauchen. Die brauchen nicht nur gelabert irgendwie. Früher, den Bobby, haben sie immer voll gelabert. Als wir mit ihm gebetet haben, dann hat er irgendwie so, huh, was ist denn das? Da war die Kraft Gottes da. Halleluja. Und ich danke dir, Vater. Wir glauben an diese Kraft. Ich danke dir, dass wir heute diese Kraft freisetzen am Livestream. Und hier, Kraft zum Heilen. Kraft zum Predigen. Kraft. Halleluja. Danke. Amen. Danke, danke, danke. Huuuuh. Amen. Wir können ja schon noch weitermachen. Aber ich... We say hi to Elisha. In Uganda, right? Elisha, we preached over power. You have the power in you. Christ in you. The hope of glory. Go and preach the gospel. In 10 minutes, we are back in English, German, German English. Stay on. Bis gleich. Vielen Dank.